Heute begleiten wir ein kleines Rudelmenschen auf der Suche nach dem Quantumslide. Andere Menschen strengen sich an beim Radfahren. Die beiden fachsimpeln und fachsimpeln. Wenn das mal gut geht. Hoffentlich findet ihr die Abzweigung. Kaum haben wir die Station gefunden, fängt es am Regnen. Egal, alle Gucke kleiden hier. Es wird halt weiter durch den Regen. Inzwischen befinden wir uns auf etwas abwegigeren Strecken. Da muss man eben hier zwei Hände anlecker nehmen. Und die Herren rasen vor. Wir fahren einhändig hinterher. Und ja, jetzt sind wir gleich gespannt, was es das gibt. Relativ zielstrebig fährt der gute Michael auf die nächste Station zu. Wollen wir gucken. Ja, neben der gute Michael mal wieder Hand angelegt hat, fahren wir jetzt bei inzwischen wieder richtig schönem sommerlichen Wetter. Na ja, heiß ist es ja eigentlich nicht, ne? Nee, nee. Aber fertig, ich wollte es schon. Fahren wir jetzt Richtung wild liquidierenden Raumriss. Das wird lustig. Wir kommen jetzt zur nächsten Station und mal gucken, ob sie die finden, weil jetzt weiß auch Markus nicht weiter. Hallo Markus. Hallo, Linh. Hallo Linh. Hallo, Linh. Hallo Linh. Hallo Linh. Warumolen Sie die Hallo Linh. Untertitelung des ZDF, 2020